Musik Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 von Gothic 1 Quentin Spine. In der letzten Folge sind wir Budla geworden, tatsächlich. Sind wir jetzt dem alten Lager beigetreten, beziehungsweise sind wir noch dabei. Noch haben wir es ja nicht geschafft. Aber wir sind schon mal Budla geworden, dementsprechend ist Aufnahme neues Lager und Sumpflager herausgefallen. Ihr wisst ja wie es läuft, nachdem wir im alten Lager, bis es dann immer weiter geht, wenn wir dann sowieso sollten. Deswegen komme ich da immer gut klar mit dieser Abfolge von Ereignissen. Denn im alten Lager, weiß ich nicht, da fühle ich mich irgendwie recht wohl, auch wenn das alles Drecksäcke sind. Aber ich will halt auch dann, sobald es geht in die Burg und da nochmal alles stibitzen, was möglich ist. Das ist übrigens auch möglich, bevor wir schatten werden, das ist gar kein Thema. Glaube ich zumindest gerade, aber wir könnten ja schon längst rein. Auch die Sache mit dem, hier, Rätsel habt, Frau nicht, verletzter Krieger, hätte man auch schon längst erledigen können, wenn man für 1000 Erz beim Toros dann da rein könnte. Könnte man auch mit dem Magier reden, aber das eilt jetzt noch nicht so sehr. Denn wie gesagt, noch ist jetzt hier nichts in Stein gemeißelt. Klar, wir sind Buddler geworden, aber ansonsten ist bisher nichts passiert. Das wird bei mir immer erst dann unangenehm. Wenn das wirklich die Ereignisse sich überschlagen, Charaktere sterben oder verschwinden oder sonst was. Da wird es dann unangenehm. Wir haben ja einfach 5 Mollrads. Das finde ich gut, weil dann hat es das mit der Leber dann doch noch gelohnt. Gelohnt, hin, aus. Sehr, sehr gut. Okay, also mal 5 Mollrads geschlachtet. Ich will nochmal ganz kurz hier so ein bisschen entlang marschieren. Denn ich finde es komisch, dass diese Mollrads... Mollrads... Aha. Okay. Ich wiederhole. Wir haben kein Kapitel 2. Wir sind nur Buddler geworden. Und trotzdem, dass... Lurker da, Mollrads da... Seltsamerweise genau die beiden Gegner, von denen wir profitieren, nachdem wir da diese neuen Tier-Trophäen-Fertigkeiten entwickelt haben. Also beziehungsweise gelernt haben. Ob die vielleicht deswegen gespawnt sind? Das ist doch aber auch Quatsch. Auf jeden Fall beschwere ich mich nicht, dass hier neue Gegner sind. Oder ob es einen zeitbedingten Respawn gibt. Macht aber auch keinen Sinn. Da fest, das ist ja alles viel zu... Speziell. Aber sind tatsächlich Lurker da? Neue? Und Mollrads. Was ein witziger Zufall. Irre. Vielleicht ja auch Snapper. Aber auf jeden Fall interessant. Da muss ich mal ganz kurz in den Wald rein. Das, äh... geht nicht anders. Aber theoretisch sind wir jetzt, wie gesagt, schon in der ersten Gilde. Vielleicht hat man da dann wirklich so einen kleinen Respawn eingebaut. Das würde ich jetzt am ehesten vermuten. Komm, steh mal auf hier, komm. Hör mal auf zu stampfen. Ich will mit dir reden. Vielleicht kannst du mir noch irgendwas erzählen, jetzt wo ich Buddler bin. Ignoriert uns. Ne, man muss einfach nur ein bisschen näher hin. Ah. Ja, ich hab Lurker heute. Gut gemacht. Komm wieder, wenn du welche hast. Also zehn Stück können wir bei dem loswerden. Was bringt denn eine Lurker heute überhaupt? Haben wir noch? Echsenhaut. Alligatorenhaut. Schattenläuferfälle. Hatte ich jetzt genau zehn, oder was? Ah ne, eine Lurkerhaut. Hat einen Wert von 13, also verkaufen kann man sie für sieben maximal. Deswegen zehn für, was war das jetzt? Warte mal, das für 10 für 150. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, für wie viel genau. Auf jeden Fall lohnt sich der Tausch allemal. Ich hätt's jetzt noch mal ganz kurz hier durch den Wald um zu gucken, ob hier auch was nachgespawnt ist. Weil wenn Scavenger und Lurker nachspawnen, äh, Moldreds und Lurker sind eigentlich Scavenger und Blutfliegen und Wölfe auch immer mit von der Partie. Aber wie es scheint, ist der Wald leer. Komisch, dass da vorne an dem Streifen die Lurker nachspawnen, in der einen Höhle die Moldreds. Gehen wir noch mal in die Nex-Höhle. Eventuell sind da auch noch mal Moldreds gespawnt. Dann würde ich nämlich wirklich nicht mehr wissen, woran wir hier sind. Aber es lag, glaube ich, nicht an diesen Fähigkeiten, weil die Moldreds hätte ich früher schon bemerkt. Glaub ich zumindest. Auf jeden Fall komisch, ne, hier ist auch nichts. Und hier, ja, ja, Bäume, undurchdringbare Bäume. Gucken wir nochmal hier das Kavalorn entlang. Ich könnte eigentlich auch jetzt per Schnellreise ganz schnell zum neuen Lager düsen. Da wollen wir ja eh hin. Aber ich bin gerade irgendwie so ein bisschen also nicht auf Fehlersuche, aber auf der Suche nach weiteren Gegnern. Ob wir vielleicht jetzt für den Wart stark genug sind? Nein, wir sind Buddler, Junge. Schön, dass der sich nützlich macht da hinten. Okay, also der Wart wird später erst noch eine Quest für uns haben. Der Andrew auch. Der Steh. Und ich meine noch irgendjemand aus dem neuen Lager. Jetzt habe ich aber vergessen, wer das war. Ach, das ist doch doof. So, sind hier neue Moldreds? Nö. Okay, also da vorne fünf Moldreds und dann nochmal fünf Lurker. Sehr wahllos, einfach in der Prärie. Von mir aus. Aiden bringt uns auch nichts mehr. Ich überlege gerade. Da hinten war da nicht auch irgendwas viel zu starkes. Ein schwarzer Wolf, aber ich glaube, der war zu stark. Wobei, das ist auch schon wieder ein bisschen her, ne? Gucken wir mal, ob wir den jetzt machen können. Wir haben schon Org-Hunde besiegt. Und in der Theorie können wir es auch mit Bargen aufnehmen. Da ist der da jetzt auch kein Thema, ne? Ja, ist ja gar nichts. Und trotzdem schafft er es mit seinem komischen Super Mario Doppelsprung uns auf den Sack zu gehen. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. und der hat aber normales Wolfsfeld. Das ist aber antiklimatisch. Einfach nur ein schwarzer Wolf. Ein einziger schwarzer Wolf, genauso wie wir nur einen einzigen weißen Wolf gesehen haben. Das ist ja auch irgendwie doof. Hier oben keine Scavenger neu. Ich habe mal ganz kurz den Bogen ausgepackt. Ich habe es nicht gesehen, was dunkles. Aber nein, hier auch auf diesem großen Plateau vorerst keine Gegner. Alles klar. Jetzt sind die hier gelb. Vermutlich wir Butler geworden sind. Also auf jeden Fall interessant. ich denke mal gelb ist dann so ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt. Rot feindlich, klar. Weiß neutral, grün verbündet und gelb dann halt nicht so ganz neutral, aber mit aller Gewalt jetzt nicht feindlich. dieser Pfost hat nichts zu sagen. Der Reißleut hat sich gerade verpieselt. Der Lefty lümmelt hier rum. Ich hoffe, das ist noch möglich, jetzt wo ich Butler geworden bin, aber ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Es könnte ja sein, dass die Diplomativverhältnisse dann auch manche Quests oder den Zugang zu Quests vergeigen. Das wäre auch eine der größten Sorgen gewesen. Dass man sagt, okay, wir werden uns auch keinem Lager anschließen. Aber wir haben ja alles erledigt. Zumindest gehe ich davon aus. Ich kann jetzt natürlich auch nicht wissen, ob ich alles mitgenommen habe. Aber zumindest ziemlich alles. Dementsprechend können wir jetzt uns auch in Ruhe ins Bett legen. So, weil den Zugang haben wir jetzt auch wieder zur alten Mine als Butler. Da bin ich mal gespannt. ob sich da noch irgendwas drin entwickeln wird. Also sprich, ob man da jetzt noch eine kleine Butler Questreihe bekommt. Oder ob das einfach nur der Status ist, den wir jetzt innehaben, um in die Mine zu kommen und alles Weitere haben wir eh schon erledigt. Das kann natürlich auch sein. Hallo zählt 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 nicht jede Minute. Jetzt wir haben das Gegengift. Das sieht aus wie so ein Drank der Macht. Ich hatte gerade eben schon ganz kurz Pipi in den Augen vor Freude, aber dann war es natürlich nur die Geschichte. Das Gegengift. So, du lässt uns rein, ich bin Butler. Was willst du hier? Ich muss in die Mine und ich muss mit Gomez treffen, mich mit Gomez treffen. Habe ab, wenn du nicht zu unseren Leuten gehörst. War ein Vertrauenstest? Nicht mal meinen Job raus mit dir, ich will keinen Ärger. Ich bin mit Petro und drei Männern in die Mine gekommen, ich soll dort arbeiten. Ich sehe drei bekannte Gesichter, geh durch und mach keinen Ärger. Wo sind die jetzt? Keine Ahnung, der Arch ist auch irgendwie sehr... Ach, die hacken jetzt genau hier am Eingang. Ist ja eine coole Sache. Noch irgendwas zu sagen. Außer das. Aber ich glaube nicht, ne? Ne. Dann sollen die mal hier zufrieden rumhacken. Ich gehe in die Dunglemine hinein. Aber cool, dass die hier am Eingang hacken. Da haben sie wahrscheinlich noch so die beste Position. Vor allem wenn dann später, ihr wisst schon, was passiert. Kommen die vielleicht nochmal mit dem blauen Auge davon. Geht mir aus dem Weg. muss direkt zu Richard. Noch mal ganz kurz checken, ob die irgendwas zu sagen haben. Der Winston auch nicht. Für So cool ich das auch finde, mit diesem Gruß, mit Gommes, ein bisschen auf den Keks geht mir trotzdem. Dass das jetzt jeder machen muss. Aber was soll's. Das ist ja auch allen voran Ian der wichtigste hier für uns. Aber ich meine, ich glaube, es gibt keine großen zusätzlichen Quests. Ich könnte mir es gar nicht vorstellen. Wir haben mit allen schon gequatscht und alles schon gemacht. Das heißt, wir machen jetzt hier so ein Speedrun Bootler Leben und kommen nach einem halben Tag als Schatten wieder raus aus der Mine. Denn der Ian will dann sein Zahnrad, das habe ich eh schon dabei. Da geht es dann locker flockig von der Hand. Hier nehme ich die erste Leiter bevor ich schon wieder tot runterfall. Das Drama brauche ich mir jetzt noch ein zweites Mal geben. So. Zu Ian kommen wir gleich. Hoffentlich lebt Richard noch. Hoffentlich lebt er noch. Weg da Grimes. Weg 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 Er lebt noch. Ein Glück. Hier ist dein Gegengift. Trink es und du wirst wieder gesund. Ich kann kaum noch stehen. Mir wird schlecht. Trink. Gut. ekelhaft. Verdammt. Ich glaube nicht. Ich komme morgen wieder wenn ich es überlebe. Dann weiß ich ob die Medizin geholfen hat. Bis morgen. Jetzt muss ich schon wieder hier. Das ist doch jedes Mal dieselbe Kacke. So da ist Ian groß geschrieben. Albert du hast noch irgendwas wichtiges? Ne ne der hat nur die ganzen Waffen von uns. Nächsten noch die Heilwurzeln. Na scheiß drauf. Vorerst scheiß drauf. Ian Hey komm mal kurz her. Worum geht's? Es ist etwas Schlimmes passiert. Jemand hat die Erzlager zerstört. Die nachts für den Transport zum Alsellager vorbereitet werden. Vielleicht hatte jemand einen schlechten Tag. Das ist noch nicht alles. Unser Metallurga am Grund der Mine Viper hat vor einer Weile etwas gemeldet. Ein Ergeblis was passiert. Ich werde mit Viper sprechen. Gut und dann komm zurück und erklär mir was zum Teufel los ist. Gut. Hat der noch was anderes zu erzählen? Bist du Ian der Chef der Mine? Ja ich bin Ian und das hier ist meine Mine also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ist das nicht Gomez Mine? Ja natürlich ist das die Mine des alten Lagers aber hier drin gibt es nur einen Chef und das bin ich Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen Wir fördern hier rund um die Uhr Erz Im Monat sind das über 200 Säcke Erz die gelagert werden und noch mal 20 Säcke die eingeschmolzen werden Mit dem Erz das wir dem König liefern können hunderte von Klingen hergestellt werden Ich hab gehört das Erz ist magisch erzähl mir davon Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche Eine Armee die mit solchen Waffen ausgestattet ist hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht Erzähl mir mehr vom Erz Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren In den Hochöfen von Nordmar da kennen sie die richtige Schmelz Technik Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen Ja immerhin Erzähl mir von der Mine Wenn du dich hier weiter umsehen willst sei vorsichtig In den Höhlen sind Mindcrawler Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht Und lass die Templer in Ruhe Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum Aber wenn die Crawler kommen gibt es keinen besseren Kämpfer Ich seh mich nur mal um Ich schau mich mal um Mach keinen Ärger Wir haben die Quest Ablenkung bekommen Die Lage mit dem Erz das für den Transport bestimmt ist zerstört hat Außerdem hat Viper noch etwas anderes berichtet Ich muss mit ihm sprechen Zu Ian kommen wir Wegen der Hauptquest und der Prüfung des Vertrauens und so weiter Aber ich glaube die Ablenkungsquest die hätte man in jedem Fall im Vorfeld schon machen können Das war dann mein Fehler dass ich nicht mit Ian gesprochen habe Mal gucken dass wir hier nicht runterfallen Also gut Da haben wir wenigstens ein bisschen was zu tun Besser als nix Ich muss ja auch gar nicht ohne Rüstung rumrennen Fällt mir da mal so auf Ich habe ja immer noch eine Jägerkleidung Auch wenn mir eine Jägerrüstung lieber gewesen wäre Weil die hatte ja im Prinzip die Texturen von der schweren Banditenrüstung oder halt leichte Söldnerrüstung aus Gothic 2 je nachdem Oder so ähnlich oder vielleicht doch eine andere Oder war es die einfache Also die leichte Banditenkleidung oder Rüstung mit anderen Texturen Auf jeden Fall diese Jägerkleidung Im Vergleich zur Jägerrüstung auf jeden Fall etwas mickrig aber besser als nix Viper Wir müssen reden Hör auf jetzt Klar Wir wären sonst Ich hörte Du hättest ein Problem gemeldet Jemand hat versucht meinen Schmelzhof zu beschädigen Jemand ist ziemlich bösartig gewesen Er muss so schnell wie möglich aufgespürt werden bevor er noch mehr Schaden anrichtet Ich gehe zurück zu ihren Weil dich Wahnsinnsgespräch Wahnsinns Offenbarung Es war bestimmt der Kalash Der ist Bandit Also ich will jetzt mit keinem Finger auf jemandem zeigen aber Wenn dann ist der's Oder vielleicht ein Templer Oder ein unzufriedener Butler Oder ein unzufriedener Gardist Das könnte eigentlich jeder sein Nach reichlicher Überlegung Hallo ihr Da bin ich wieder Auf jeden Fall Ich hab mit Viper gesprochen Was ist geschehen? Jemand hat versucht den Schmelzofen zu beschädigen So ein Hurensohn Und was jetzt? Ich hab meinen Mann in der Mine Es ist der Schatten Robin Sprich mit ihm Ich hab ihm bereits einige Anweisungen gegeben Du findest ihn wenn du vom Lagerhaus aus durch den Eingang gehst Gut Aber was springt für mich dabei raus? Wir reden über die Belohnung wenn wir herausgefunden haben wer dieser Schwachkopf ist Nun Was machst du denn noch hier? Ja Wo ist Robin? Weiter unten Irgendwas mit Lagerhaus Ich finde ihn auf der anderen Seite des Lagerhauses Welches Lagerhaus? Außerdem weiß ich dass der auch hier irgendwo rumlümmeln kann Ich gehe halt ein bisschen weiter unten Ja regt euch ab Was für eine Entfernung sieht denn der das bitte? Also hier war der Robin auch schon Aber ich wurde jetzt auch nach da unten hingebeamt Weil er jetzt quasi eine aktive Mission hat mit uns in dieser Quest Könnte ja gut sein Also schön dass wir die Quest jetzt noch haben und ich die nicht im Vorfeld erledigt hatte Die reiht sich hier relativ gut in unser kleines Buddlerleben ein Da ist nur Danny Ich sehe hier keinen Robin Was für Robin? Ja ist ja gut Ich will doch nur kurz Ach jetzt muss ich erst mal den Robin suchen Ist der Pimpf irgendwo hier? Vermutlich nicht ne? Gadist und ich sehe wieder nichts und Gadist und ich mache es erstmal ein bisschen heller Jedes Mal derselbe Kack hier in dieser Kackmine In dieser Kackmine hier Wo du nichts drin siehst weil er so dunkel ist Und wenn wir jetzt der Robin vergleichsweise unten hier irgendwo ne? Also nicht hoch oben irgendwo Da ist noch ein Gadist Da ist noch ein Gadist Ich sehe zwar noch keinen Robin Aber den werden wir auf jeden Fall spätestens in der nächsten Folge finden Und dann machen wir die Quest Ablenkung Und dann schauen wir mal dass wir hier noch ein bisschen unser Buddlerleben Also genießen in Anführungszeichen so wie man das genießen kann Und dann ja holen wir uns natürlich die Liste um shotten werden zu können In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss